herzlich willkommen zurück zu lesbem pokémon advanced adventure ich habe die pokémon ein bisschen trainiert also es so akane zwei level ganger 5 level und tobios 6 level oder so ähnlich ich weiß es nicht genau und jetzt kurz das umstellen die habe ich ja alles schon besiegt und dann müsste ich als nächstes gegen ihn hier kämpfen ich hoffe dass es was wird hallo warum hallo ich ich hoffte dass du es so machst so egal es ist lange her dass ich auf etwas herum getrampelt bin bereite dich auf den kampf vor der trache ein trainer der 50 was ist das war ein kampf ja ich würde auf jeden fall wechseln Äh, ich wechsle jetzt erstmal, damit ich links da wieder hochheilen kann. Ein Kp. Ja, okay. Könnt ihr gehilt, okay. Ähm. Ich könnte jetzt natürlich Tokioz reinschicken. Okay, das war natürlich Glück. Das auch. Aber es hat mir nichts gebracht. Ich werde mal Form 02 einsetzen. Fliegen. Ja, fliegen ist gut. Damit habe ich das Ganze gewonnen. Gengarde mit 32. Form 02. Dragonite. Das ist Traporan, wenn ich richtig liege. Ja. Ich hoffe einfach. Ja, gut. Mach ruhig. Aber zum Glück hat er Fluch getroffen. Da bringt ja auch den Supertruck nichts. Ja. Ja. Reinschuh. Nice. Altaria. Da ist gleich drin. Hier. Wenn ich jetzt noch einmal... Ja. Was ist hier los? Nein. Ich werde nur noch mal fliegen. Und es reicht tatsächlich nicht, weil ich nicht getroffen habe. Das gibt es nicht, Mann. Aber Akani mag das Ganze. Extreme Speed. Nice. Drachen Tempo. Mit Drachen Tempo den Drachen... Typen besiegt. Du magst mich besiegt haben, aber du wirst mich aus clean besiegen. Haha, lebe wohl, ne. Ja. Nochmal kurz speichern. Die Spielzeit stimmt übrigens nicht ganz. Also, wenn ich jetzt hier spiele... Ich weiß nicht, ob es die Geschwindigkeit erhöht. Äh, die Zeit erhöht oder ob das... Was nach Westen muss ich, hätte ich gesagt. Ach, dort ist der... Okay, da muss ich dann noch... Dieses... Ding da besiegen. Danke. Ta-da-da-da-da. Ta-da-da-da. Was sagt die? Okay, die sagt noch nichts. Die habe ich übrigens trainiert. Das geht ganz gut, weil hier sowas wie Nidoqueen... das ist doch wenn wir nieder kriegen ich glaube ich nicht einmal begegnet ist das macht er aber es war ein verhältnismäßiger verhältnismäßig spannender kam also für arena leute die bestie lang und so ist hier oben irgendwas das machen trainer geht es hier weiter wahrscheinlich der werde ich wohl erst darunter gehen das schlimme an der sache ist dass er kann nie das einzige ist was ihr level mäßig mitteilen kann ich würde auf flammrad gehen hätte ja sein können Sack, Pum. Mit drüben ist nix. Oh Mann. Achso, das müssen wir erst laden. Da geht's wohl jetzt gegen den Typen ran. Lickitang. Äh, das ist irgendwas mit Blattschunger auf jeden Fall. Klingt nach einem... Ach nein, das ist das Schlapp... Ne, Schlapp, oh ja. Schluck. Schluck, Puck. Schluck, Puck. So ähnlich. Schluck, Puck und Schluck, Welch. Aber Glück gehabt. Also Raichu ist diese Folge ziemlich gut dabei. Oh, uh, ich verstehe das. Oh, das ist ein �at. Ähm... Das glaub ich einfach... Das geht nicht. Oh, das ist halt so. Oh. Wenn du hier lang kannst. Ich weiß nicht, wie man ans Item kommt. Okay, das. Das muss ein gutes Item sein, eigentlich. 119, alles klar. Na komm. Ähm. Ähm. Bin ich vollkommen dumm? Hätte man einfach da langlaufen können? Na toll. Äh, ja. Ich denke, nochmal viel zu kompliziert. Das war nicht mit Absicht. Nee. Das sieht immer noch total dumm aus. Und dann geht's hier oben lang. Da oben liegt auf jeden Fall nochmal ein Item. Das würde ich mir nicht weggehen lassen. Ich frage jetzt, wie man da hinkommt. Ähm. Ach, da irgendwie ist ein Ausgang. Das ist jetzt wahrscheinlich das Pokémon. Ähm. Ähm. Dafür brauche ich erstmal einen Trank. Okay. Okay. Habe ich mich wohl gehört? Äh. 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 Ich bin aber. Ich bin lustig. Ne, mit und ich habe noch drin. nächster trainer diesmal ist kein drück haben er stimmt ja ich würde gern wechseln nein es war schneller ich dachte da drin begegnet man begegnet man jetzt den pokémon aber es geht ja noch weiter da kann ich es gleich mal heilen wofür habe ich mir den beleber gekauft ganz ehrlich außerdem werde ich jetzt mal den schutz ganz hoch tun den kampf mache ich erst mit ihnen da kann ich natürlich surfer machen gegengift soll mich das irgendwie warnen ich weiß es nicht und das war es mit der folge pokémon advanced adventure also dann bis zum nächsten mal tschüss